Die drei Spatzen von Christian Morgenstern In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. Der R rechts rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu, und oben drüber, da schneit es. Sie rücken zusammen, dicht an dicht. So warm wie Hans hat's niemand nicht. Sie hören alle drei ihr Herz eingebrochen. Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.